Pures Gold Pures Gold Pures Gold Pures Gold Helli, hello! Wow! Die neue deutsche Hip-Parade ist schon super und es geht richtig ab. Wir haben nicht nur tolle Künstler heute Abend, wir haben auch tolle Fans! Komm mit mir, komm mit mir! Ein magischer Moment, den man... Geht's dir gut? Gut geht's mir. Normalerweise bist du dann beim Ballermann, ne? Was machst du denn jetzt grad? Du kannst alles erzählen, was du möchtest. Ja, letzte Woche war mein letzter Tag am Ballermann, die Saison ist vorbei für mich. Ist es gut gelaufen? Es ist gut gelaufen. Also das ganze halbe Jahr, muss ich sagen, war da ständig Remi Demi, das Wetter hat mitgespielt, nicht so wie hier. Im Januar geht's ins Studio, ich werd mein neues Album aufnehmen, mein zweites. Ich bin natürlich sehr stolz. Neuer Single kommt auch? Neuer Single kommt dann auch. So, wie man sieht, ich hab eine ganz tolle Frau an meiner Seite, Frau Geiss hier. Nein, Geiss! Habe ich kein Geissen gesagt. Geissen, ne? Geissen. Nein, nicht Oliver Geissen, ich bin Carmen Geissen. Ja, aber ich bin Engländer. Ah, dann sagen die Geissen. Sie haben einen neuen Song am Start, heißt Jet Set. Was bedeutet, was heißt Jet Set? Also Jet Set heißt natürlich um die Welt rumreisen, sich bei gewissen Veranstaltungen einfach sehen zu lassen und dafür hinzufliegen und ja, es ist ein schönes Leben im Luxus. Du siehst wunderschön aus. Aber wie lange dauert das normalerweise vorm Spiegel? Ja, so mal nach Zahlen, das dauert ein bisschen. Genau wie bei mir, ne? Haarstunden, ne? Ja, also wir machen es immer ganz entspannt, so zwei Stündchen, bis alles fertig ist, die Wimpern, bis alles angeklebt ist. So, meine Lieben, eine Stunde fürs Showbeginn. Jetzt ist Einlass. Interessier mich einfach nicht. Das ist rein! So, das Publikum ist auf jeden Fall bereit, ich bin bereit, die Künstler warten schon hinter die Bühne und was schön ist, wo wir bis zu Ende jetzt geht's los! Die neue deutsche Hip-Berade fängt jetzt an! Niemals Enden Pures Gold